Diese unfassbare Geschichte erlebte ein Mann namens Igor in Russland. Als er älter wurde, hatte er die Hektik in der Stadt satt und beschloss, in ein abgelegenes Dorf in die Taiga Sibiriens zu ziehen. Dort wollte er den Rest seines Lebens verbringen und die Ruhe genießen. Seine Ehefrau war bereits verstorben und seine Kinder lebten in der Stadt und besuchten ihn nur selten. Igor war zwar einsam, aber ihm gefiel das Dorfleben, die Nachbarn waren freundlich und halfen sich gegenseitig. Der Mann war Hobbyjäger und war dementsprechend oft im nahegelegenen Wald unterwegs. Igor ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sich bald etwas ereignen würde, das sein Leben für immer verändern würde. Eines Winters saß er wie immer zu Hause bei einer Tasse Tee, als er plötzlich Schüsse hörte. Wahrscheinlich waren es seine Nachbarn, die im Wald auf der Jagd waren, und so schenkte er dem Ganzen keine große Aufmerksamkeit. Doch bald wiederholten sich die Schüsse, und nicht weit von seinem Haus entfernt, hörte er das Heulen eines Wolfes. Igor zog seine Jacke, seinen Hut und seine Stiefel an und ging auf die Veranda hinaus. Er war verblüfft, als er vor seiner Haustür den Körper einer Wölfin sah. Sie lag im kalten Schnee und zeigte keine Lebenszeichen, und eine rote Spur folgte ihr von der Straße aus. Offenbar wurde sie von Jägern tödlich verwundet. Der Mann war erschrocken, wie man so etwas Grausames tun konnte. Er vergewisserte sich, dass das Tier nicht mehr am Leben war. In diesem Moment entdeckte er etwas Verblüffendes. Unter dem Körper des leblosen Tieres lag ein Wolfswelpe. Er war so klein, dass er sich kaum selbstständig bewegen konnte, und seine Augen waren noch geschlossen. Er wimmerte jämmerlich, kuschelte sich an den Körper seiner Mutter und versuchte sie aufzuwecken. Er war so klein und hilflos, dass Igor Mitleid mit ihm hatte und ihn in seine Arme nahm. Das Baby zitterte am ganzen Körper vor Kälte und Angst, und als es in den warmen Händen des Mannes lag, beruhigte es sich. In der Zwischenzeit waren die Jäger zum Haus des Mannes gelaufen. Sie erzählten, dass sie auf der Jagd im Wald auf eine Wölfin mit ihrem Welpen gestoßen waren. Sie griff die Menschen an, um ihr Jungtier zu beschützen. Es gelang ihnen, mehrmals auf sie zu schießen, aber sie schnappte sich ihren Welpen und rannte in Richtung Dorf. So landete sie vor der Tür des Mannes. Als die benachbarten Jäger den leblosen Körper der Wölfin sahen, beruhigten sie sich, fragten dann aber nach dem Schicksal des Babys. Sie fanden es nicht in der Nähe seiner Mutter und dachten, sie hätte es irgendwo auf ihrem Weg abgesetzt. Daraufhin enthüllte Igor das winzige Tier und erklärte, dass er es behalten wollte. Alle wiesen darauf hin, dass es unmöglich sei, ein wildes Tier in seinem Haus zu halten, aber er antwortete, dass er die volle Verantwortung übernehmen würde. Die Nachbarn waren natürlich nicht glücklich über diese Entscheidung. Keiner wollte neben einem wilden Tier wohnen. Aber der Mann blieb hartnäckig und setzte sich schließlich durch. Die nächsten Wochen verbrachte Igor mit wenig Schlaf. Er machte eine spezielle Flasche für das Tier und fütterte es alle paar Stunden. Er beruhigte ihn, wenn er nachts wimmerte, kümmerte sich um ihn und beschützte ihn. Als der Welpe größer wurde, nahm er ihn mit in den Wald, um mit ihm zu jagen. Der Wolf lief fröhlich um sein Herrchen herum. Er lief nie weit weg und kehrte immer mit Igor nach Hause zurück. So vergingen ein paar Jahre. Der Welpe wuchs schließlich zu einem prächtigen Wolf heran. Äußerlich sah er sehr beeindruckend und sogar furchterregend aus, aber seine Gewohnheiten unterschieden sich kaum von denen eines gewöhnlichen Hundes. Der Mann brachte ihm viele Kommandos bei, und alle Nachbarn waren beeindruckt. Während dieser Zeit zeigte er nie Aggressionen, weder gegenüber Menschen noch gegenüber anderen Tieren. Der Mann fütterte ihn mit viel Fleisch das er jagte, und der Wolf wurde zusehends stärker. Aber die Gesundheit des Mannes verschlechterte sich in dieser Zeit. Es fiel ihm immer schwerer, den Haushalt zu führen und in den Wald zu gehen, um zu jagen. Außerdem begann der alte Mann sehr oft grundlegende Dinge zu vergessen, und verlegte oft Dinge. Mit der Zeit verließ der Mann sein Haus fast gar nicht mehr. Es fiel ihm schwer, zu gehen, und er bewegte sich nur noch im Hof seines Hauses. Auch das Essen auf dem Tisch des Mannes wurde knapp und schließlich beschränkte er sich auf einfache Lebensmittel wie Brot, Tee und etwas Gemüse. Auch für den Wolf gab es nicht viel zu essen, da es kein Fleisch gab. Aber der Wolf verstand verblüffenderweise die Situation, und fraß, was der Mann ihm gab. Eines Abends teilten sich Igor und der Wolf wie üblich den letzten Leib Brot, tranken etwas Wasser und gingen zu Bett. Aber der Mann hatte den Ofen angezündet und vergessen, die Klappe zu schließen, bevor er sich schlafen legte. Der Wolf ließ sich wie immer neben dem Bett des Mannes nieder, und beide schliefen ein. Der ältere Mann wachte auf, als sein Wolf verzweifelt wimmerte und im Zimmer herumlief. Der Geruch von Rauch lag in der Luft. Innerhalb von Sekunden sah er das Feuer und versuchte, aus dem Bett aufzustehen, aber seine Beine wollten nicht gehorchen. Dann stützte er sich langsam auf die Ellbogen und versuchte, aus dem Bett zu klettern und zur Tür zu kriechen, aber er hatte nicht genug Kraft und fiel zu Boden. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer an der Schulter und konnte sich wegen der schrecklichen Schmerzen, die sich sofort in seinem ganzen Körper ausbreiteten, nicht mehr bewegen. Als der Wolf erkannte, dass der Mann es nicht mehr aus eigener Kraft schaffte, tat er das Unglaubliche. Er packte mit seinen Zähnen die Ecke der Decke, in die der ältere Mann eingewickelt war, und begann, ihn mit aller Kraft zum Ausgang zu ziehen. Der Mann half dem Wolf, so gut er konnte, aber seine Beine wollten nicht gehorchen und seine Schulter schmerzte so sehr, dass er sich nicht einmal mit den Händen helfen konnte. Nach zahlreichen Versuchen, sich zu bewegen, verlor der Mann das Bewusstsein, nachdem er zu viel Kohlenmonoxid eingeatmet hatte. Igor wachte nach einiger Zeit im Haus seiner Nachbarn wieder auf. Er konnte sich nicht erinnern, was passiert war, und wie er dorthin gekommen war. Dann erzählten ihm die Nachbarn, dass sein Haus bereits in Flammen stand, als sie zum Feuer liefen. Doch sein treuer Freund konnte ihn noch aus dem brennenden Haus ziehen und ihn auf einer Decke in sichere Entfernung bringen. Als die Menschen ihn sahen, brachten sie ihn sofort in ihr Haus, um ihn zu versorgen. Igor traute seinen Ohren nicht. Er war sehr besorgt um seinen pelzigen Freund. Aber die Nachbarn sagten, dass der Wolf die ganze Zeit treu darauf gewartet hatte, bis sein Besitzer aufwachte. Sie öffneten die Tür und ließen das Tier zu dem Mann. Igor hatte Tränen in den Augen bei dem, was er sah. Ein Großteil der Haut des Wolfes war vom Feuer verbrannt und er hatte große Wunden am Kopf. Der Wolf setzte sich neben den Mann und sah ihn tief in die Augen. Igor war glücklich, so einen treuen Freund zu haben. Die beiden erholten sich in den nächsten Monaten von diesem Ereignis. Zurück blieben große Narden an der Haut des Tieres, die den Rest seines Lebens daran erinnern werden, wie tief die Freundschaft zwischen dem Mensch und dem Wolf ist. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Jungen an, der von einem Wolfsrudel umzingelt wurde. Was dann geschah, wird dich nicht kalt lassen.